Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins ja wir müssen jetzt hier Suche in der Wille der Meister nach Informationen dazu So hole ich erst mal mein Pferd, was ich verfügbar ist. Wo ist mein Pferd? Ah, weil ich noch um Kampfgeschehen war deswegen So müssen wir uns hier reiten wir da mal rüber aus der 500 Meter die würde ich mit dem Pferd überwinden Oh, okay Der ist jetzt so, so. Da haben wir Da ist einer Da ist noch einer Na gut, da bin ich gerade Verdammt Hey, was? Wo hier? Das war's Sterb Weiße Ich sammle die Truppe Du willst nicht Lange durch Bauer Mist, es gibt Jager Das ist Das ist Hilfe Es wird Du Geht Du Dramat Du Dramat Du Dramat WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh Weichle eigentlich soweit Das hat uns eingetroffen Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Woggenlowe F*** euch doch Alter, 100 Feinde Ich schieße den Hauptmann Deck in den Kopf, der sagt mir an, der wird sofort sterben, was passiert? Der stirbt nicht Was ist das? F*** 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 Ah, was gehen Sie zuerst und fragen dann? Der geht jetzt weg. Der geht jetzt weg. The fuck? Was ist das? ein brief auf einem papyrus sofonius noch ein mann der zum mörder wurde nur um des geldes willen schatz flindern wo ist denn der schatz das mit diesem wacker hinten erledigen die geier machen mich küre alter wir sind überall geschätzt auf jeden Fall und hier ist der schatz und wir finden uns alles gleich duut Oh, nervös. Was ist denn noch? Haben die gefunden, die stärker sind so. Ist klar. Oh, sorry. Alter, scheiße. Oh, kacke. Voll die Züge weggekickt ey. Das wollte ich gar nicht. Scheiße. Guten Tag, die Herren. Guten Tag. Oh. Oh. Ja, geh wieder auf so'n Weg. Mögen die Götter mir helfen? Ich komme zu dir, Arya. Ich will nicht, dass diese Händler ihre dreckigen Waren so nah bei meinem Haus verkaufen. Schatz den Kyrios. Scheiße. Der Hotas ist tot. Oh, sorry. Ich will nicht. Oh, sorry. dass Das war's. Jetzt bist du dran. Das armselige Ende einer armseligen Existenz. Ich werde ihr was davon erzählen, wenn ich sie wiedersehe. Oh Gott sei der. Vorher war ich hier, oder? Ich würde gerne noch den Aussichtum machen Das wird das Mischenweg in Anspruch nehmen Den Aussichtum mache ich sogar in der Folge noch, egal wie lange das dauert dann zu kommen Und dann geht's Und wir haben jetzt wieder weggekickt, alter tanto Da 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 und kommt zurück in yamu ist das auch yamu oder? ja, Tempel von yamu der Rest schaffe ich selber einmal du rohe Kackse ich muss noch ein Papyrus in der Nähe finden ich will erstmal alles in dieser Nähe machen bevor ich in die nächste Stadt rein gehe ich weiß nicht genau ich weiß nicht Boah, fast ein Level ab. Was hab ich denn hier noch? Was ist das denn eigentlich hier? Schmied? Kann ich noch irgend'n Dings? Papyrus könnte ich versuchen noch schnell zu finden. Wir sind hier drin! Leb wohl, Sorris. Bei meinem nächsten Besuch zeige ich dir wie man mit dem Schwert kämpft. Ja! Du bist ein so guter Kämpfer! Keba, ein Ratschlag. Geh nirgendwo hin, von wo du nicht zurück kannst. Ja, Onkel Bayek. Dein Wissen ist wie eine Truhe voller Bücher. Teile es mit Bedacht. Das mach' ich doch immer! Mögen deine Augen bei den Sternen bleiben, Hasina. Werden sie! Keine Sorge! Okay, erst'n Papyrus finden. Haaaah! Okay da würde ich gleich rein. auf 1 jetzt runter ok das ist eigentlich gar nichts gewesen ja 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 I am that the I Wept to angel I am 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 I Hollywood wow 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 Da ist der Papierhaus gewesen Ich glaube Das war erst Papierhaus, alles klar das wollte ich doch So schnell die Fähigkeit machen Jetzt habe ich überall 4 Was ist das hier? Wenn Sonne um Schemus ist, kannst du mit AC-Lüsten Gegner mit Tierra markieren um ihre Bewegungsfahrt zu sehen Okay Was habe ich hier? Freisammler passiv auf heute Falle die in deiner Stadt stecken und leg sie in dein Inventar Der beste Kriegsbogen, halte gedrückt um deinen Schuss auszuladen und die Streuzung zu verkleinern Der beste der Jagdbogen, halte gedrückt um deinen Schuss aufzuladen und die gegnerische Schilder für zu durchbrechen Okay das wäre auch ganz geil Der beste der Raubtierbogen, halte gedrückt um deinen Raubtierpfeil im Flug zu steuern Oh ja das ist richtig geil Das nehme ich mal Oh reichen die Fähigkeitfunken? Okay das kann ich noch mit einem Punkt lernen Ja Dann möchte ich mal den Pfeilsammler Alles klar und das beendet dann noch diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme Session Show VU Wir waren die ersten Die ersten die die Götter sahen Die ersten die ihre Bestien zähmten Die ersten welche die Seele vor dem Bösen schützten Wir haben uns dieses Land untertan gemacht und errichteten ein Imperium Doch nun liegt ein Raunen in der Luft von einer Bruderschaft im Schatten Sie sind die ersten die diesen Namen tragen Sie nennen sich Assassinen Und Sie werden sie eineацию Die ganze Zeit Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020